Ich möchte heute mal ein bisschen über den Star Wars Comic Visionaries reden, oder zu deutsch Visionäre. Unter diesem Titel wird er bald in der Star Wars Comic Kollektion von Panini zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht. Star Wars Visionaries ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, Kurzcomics von den Künstlern, die an Episode 3, die Rache der Sith, gearbeitet haben. Und gleich vorweg, der absolute Großteil dieser kurzen Comic Stories sind nicht Kanon innerhalb des Expanded Universe aka Legends. Und über eine möchte ich heute im Besonderen reden und das ist die erste Geschichte im Band, Old Wounds, geschrieben und gezeichnet von Aaron McBride. Wir beginnen drei Jahre nach den Ereignissen in die Rache der Sith. Wir befinden uns auf Tatooine, auf der Farm der Familie Lars, wo Owen Lars gerade etwas Zeit mit Luke Skywalker verbringt, der ja jetzt drei Jahre alt ist. Plötzlich bemerkt Owen, dass sich ein Wesen sehr schnell der Farm nähert. Er kann nicht erkennen, worum genau es sich dabei handelt, aber er weist seine Frau Beru an, ihm ein Gewehr zu reichen, um sicher zu gehen. Owen versucht das Wesen loszuwerden und er bedroht es mit dem Blaster. Doch plötzlich springt diese Person vorwärts und reißt es ihm mit Hilfe der Macht aus den Händen und schlägt ihn damit K.O. Die unbekannte Gestalt kann die Gegenwart seiner Zielperson hier auf der Lars-Farm spüren und er beginnt zu erzählen. Er redet davon, dass er seine Zielperson immer knapp verpasst hat auf Welten wie Kamino, Geonosis und Mustafar. Schließlich ist er über Polis Massa auf Tatooine gekommen. Die Gestalt weiß, wenn er den Jungen bedroht, dann würde sich seine Zielperson zeigen. Was dann auch geschieht. Plötzlich springt Obi-Wan Kenobi aus dem Sand heraus und wir bekommen die Enthüllung. Bei dem Angreifer handelt es sich um niemand anderen als Darth Maul, der nun Roboterbeine besitzt. Zwischen Kenobi und Maul kommt es zu einem richtig brutalen Lichtschwertkampf. Kenobi gelingt es schließlich Maul einen Arm abzuhacken und er hat sein Lichtschwert genau an seiner Stirn und ist bereit es zu aktivieren. Als ihn die Erinnerungen heimsuchen an Naboo und alles was damals passiert ist. Als plötzlich Owen Lars wieder zu sich kommt und Darth Maul einen direkten Headshot verpasst und ihn umbringt. Da Luke nur wegen Obi-Wan in Gefahr geraten ist, will Owen nicht, dass er je wieder hier auftaucht. Und Obi-Wan zieht weiter und will die Leiche von Maul im Dünenmeer verbrennen. Das ist die Story von Old Wounds. Es ist schon unglaublich zu bedenken, das hier war im Grunde nur ein Spaß-Comic. Ein Konzeptkünstler von Episode 3 hatte halt die Idee, hey wie würde Darth Maul mit Roboterbeinen aussehen. Und dann kam dieses kleine Comic-Projekt zustande, diese Nicht-Kanon kleinen Kurzgeschichten zu machen. Und jetzt wurde er tatsächlich Teil des Kanons mit Darth Maul in The Clone Wars. Sein Design ist direkt aus diesem Comic übernommen. So wie dann später noch sein finales Aufeinandertreffen mit Obi-Wan in Rebels, aber Rebels geht mir am Arsch vorbei, das ist Disney-Scheißdreck, juckt mich nicht. Aber er ist leider auch in The Clone Wars und Filonis The Clone Wars ist leider auch Teil von Legends, zumindest Staffel 1 bis 6. Was halte ich denn von Mauls Rückkehr in The Clone Wars? Ich finde es scheiße dämlich. Den hätte man einfach tot sein lassen sollen. Dieser Comic ist nett, weil es eine kleine Witz-Story ist. Hey, was wäre, wenn Maul so zurückkehrt? Sein Design hier ist durchaus cool. Aber Maul tatsächlich zurückzubringen und zu sagen, okay, das ist offiziell Kanon, das ist offiziell passiert, ist Schwachsinn, meiner Meinung nach. Da hätte ich lieber einen Klon gehabt und das soll schon was heißen, als einfach einen Typen, der in der Mitte durchgeschnitten wurde, mit Roboterbeinen zurückzubringen. Und nach einem Kilometertiefen Fall in einen Schacht runter. Das hier führt uns aber auch zu einem interessanten Dilemma. Nur Clone Wars, The Clone Wars von Dave Filoni, Scheißdreck, nur Staffel 1 bis 6 sind da offiziell Teil von Legends vom Expanded Universe. Das bedeutet, wir bekommen kein wirkliches Finale für Darth Maul in Legends. Das heißt, wenn man will, kann man das hier quasi kopfkanonmäßig einfügen. Wenn man will. Also, das ist Old Wounds, definitiv ein interessantes Stück Star Wars Geschichte.